Hallo Leute und herzlich willkommen. Man sieht das Game nicht. Warte, ich muss hier was umstellen. Drei, zwei, eins. Und los. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ich sehe nur Blöcke, die sich bewegen. Ähm, Moment. Jetzt sieht man es. Einen ganz kleinen Moment, bitte. Wie eine Jukebox, glaube ich. Müssen wir uns verstecken. Ähm. Jetzt. Hallo, hallo, hallo. Game, Game, Game ist da. Okay. Wir müssen uns verstecken. Wo bist du denn? Bist du die Jukebox hier neben mir? Ja. Jetzt kommen die Seekers. Ach, wir sind schon tot. Wir sind tot. Nein, ich hatte einen halt. Wir sind tot. Das war ja ein guter Anfang. Nur wegen der Jukebox. Ja, sorry. Man hat das Bild nicht gesehen. Jetzt sind wir Seekers. Ähm, jetzt nimmt es jemand ein Schwert und jetzt musst du, ähm, ja, Blöcke finden im Prinzip. Besser. Also das Grundprinzip ist, du bist, du bist ein Block. Wo müssen wir hin? Ähm, jetzt müssen wir alles, alles abklopfen. Deine EXP-Leiste zeigt an, wie viel mal du schlagen kannst. Aha. So, wenn du jetzt einmal schlägst, dann hast du da 20 Schläge. Also Jukeboxen gab's? Jukeboxen, Heuballen, es kann alles sein, glaube ich. Also, ja, nicht alles, aber. Du musst halt theoretisch sehen, es kann nur etwas sein, worauf man noch stehen kann. Also keine Half-Slaps. Ähm, oder man könnte jetzt zum Beispiel nicht unter einem Block stehen. Einfach alles abklopfen. Okay. Und jetzt habe ich mich eingesperrt. Ne, doch nicht. Man müsste, das Prinzip ist halt, ähm, sich entweder halt zu verstecken oder wenn man Seeker ist, dann sucht man halt. Das ist das Prinzip. Und wenn du dich verstecken willst, bleibst du auf der Stelle stehen. Fünf Sekunden lang dann. Und, ähm, dann wirst du zu einem soliden Block. Okay. Das ist das Prinzip in etwa von Hide and Seek. Und ich, äh, müsste sagen, sagen wir mal hier ein bisschen was abklopfen. Oh. Aber ich finde noch keinen. Hier macht irgendwas Geräusche. Ja, wenn jemand... The fuck? Wenn jemand was? Da muss doch irgendwo... Da muss doch irgendwo... Da muss doch irgendwo... Da muss doch jemand drin sein. Ich glaube, ich bin so blöd für dieses Spiel. Wieso? Du musst einfach nur suchen. Ja, aber... Ich finde nicht. Ja, das dauert auch. Das dauert. Was ist das für ein Sound, Mann? Das ist, wenn dein Schwert leer ist. Ach so. Siehst du, an der EXP hast du, wie gesagt. Ja, das geht immer hoch. Ja, nach einer Weile. Au. Au. Irgendein Block hat mich geschlagen. Ja, dann schlag ihn zurück. Töd ihn. Ich kann ja nicht sehen, wer das ist. Wo bist du? Zu blöd dafür. Ach, das wüsst du gar nicht. Hier ist einer. Hallo. Hä? Hä? Wir sind zu zweit und wir finden den nicht. Also da kann irgendwas nicht... Hä... Häcker. Hier, hier ist irgendwo einer. Wo denn? Ah, hier. Ich sehe dich. Ah, da. Wo? Warte mal. Sag mal. Alter! Ich sehe ihn nicht. Bin ich zu blöd? Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich habe keinen Bock mehr. Alter! Ah, hab einen, hab einen, hab einen. Was für ein Block ist der? Habe ich ihn? You earned 5 Tokens. Ja. Ich habe einen. Da läuft einer. Da läuft der Crafting Table. Alter, ich bin gerade... Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Der ist mir egal. Ich suche jetzt einen neuen. Ja, nee. Hab einen zweiten. Jetzt läuft's hier. Richtig. Jetzt. 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 Jetzt dreht Hübs auf. Jetzt habe ich den Lauf, Alter. Jetzt. Alter. Wie viel gibt's noch? Ähm. Siehst du mit Slash List? Kann das sein? Nee. Ich weiß es nicht. Ich eben... Kann man einfach Taptop? Oh. Alter! Was zur Hölle? Oh, da. Da ist einer. Ich bin hier immer noch bei dem Block, ne? Hey, der läuft weg. Und ich bin irgendwie zu blöd. Ja, der läuft... Geh doch einfach weiter. Nee, das ist das Scheiße. Mir ist der Typ jetzt sowas von egal. Ja, YOLO. Okay, ich geh weiter. Hey, Phipps. Lass mal Team. Was? Ähm. Weiß ich nicht. Haha. Ein Amboss. Könnte es vielleicht ein Amboss sein? Nee, ich glaub nur, äh... Jukebox, Heuballen und... Ich hab's nicht gesehen. Aber das... Findet man dann mit der Erfahrung... Kommt das dann da... Weißt du dann schon... Ach, Crafting Table. Crafting Table auch. Ja. Die Map ist irgendwie ziemlich geil mit dem Shader gerade auch. Keine Ahnung. Die Full-Text-Shapeck also. Gefällt mir. Ich hab Zoatex wieder. Aua. Jetzt... Jetzt brenne ich. Jetzt ist vorbei. Warum brennst du? Ich bin ins Feuer gelaufen. Warum läufst du ins Feuer? Man macht so Sachen, wenn man jung ist, ne? All remaining. Hey, das geht 150. What the fuck. Okay. Krieg die Tür nicht mehr auf. Hey, das hat 1. Achso. So, hide 1. Komm, komm, komm. Wir machen hide 1. Gibt's nicht. Bei mir. Ja. Da steht restarting gerade. Achso, ja. Da können wir gerne rein. Nicht nochmal 6? Restarting. Nein. Okay. So, jetzt hier. Heute 1. Bist du drin? Garten hast du drauf. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich seh dich gar nicht. Wo bist du? Ich steh nur drin. Dir auch nicht. Warte. Da bin ich. Hier. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Bin schon drin. Hallo. Ähm. Bin genau hinter dir. Bei mir. Ach da. Hallo. Ich seh dich. Haha. Nö. Da bin ich nicht. Ich seh dich. Hey. Hier. Jetzt stehst du. Ich seh dich. Okay. Ich seh dich. Hallo. Ja. Verstehen sie? Ja. Hide and seek. So. Wir machen jetzt Runde. Runde 1 hier. Das könnte übrigens so eine Serie werden. Mal gucken. Wie ich da Bock drauf hab. So. Könnte ich ja auch alleine. Könnte ich ja auch alleine spionen. Heute ist es mit dem Östdeutschen. Okay. So. Ich bin ein. Ein Holzblock. Du leckst noch ein bisschen. Genau. Damit dich. Dich nachher töten. Okay. Geil. Disconnected my server. Haider 56D has been killed. Ja. Geil. Wieso bist du. Wieso bist du disconnected? Keine Ahnung. Verstanden und disconnected war als Server. Egal. Dann warte ich eben ne Runde. Oder spiel ne. Ai holo. Ai holo. You are now a solid lock block. Okay. Was? Also. Lock. Oakwood. Ich bin Oakwood. Ich wird niemand finden. Da läuft ein Amboss. Das ist cool. Sieht so lustig aus wie die Blöcke hier so rumlaufen. Ja das glaube ich dir. Hey da ist noch ein Holzblock. Ein Verwandter. Ja. Vielleicht mache ich ja die Runde. Bin jetzt mal ein. Alleine. 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 Da kannst du dir das. Da kannst du dir das mal so ein bisschen. Ein. Einführen. Ja. Ein bisschen trainieren quasi. Vielleicht mache ich das ja öfter mal. Ja. Heidens Sieg. Kann man auch mal spielen. Ist ein sehr nettes Game wie ich finde. Wurde erst One in the Chamber mit Philips spielen aber. Na öh. Hab ich dann Heidens Siegel sehen. One in the Chamber. One in the Chamber ist. Ähm. Du hast im Prinzip. Ähm. Ein Bogen. Ein Pfeil. Und ein Holzschwert. Ja. Und die Bogen. Bögen sind One Hit. Ach verdammt. Ich bin tot. Die Bögen sind im Prinzip One Hit. Ähm. Das heißt wenn du einmal mit dem Bogen triffst. Ist äh. Äh. Hast du einen Punkt. Äh. Oder du kannst aber das Holzschwert benutzen. Wenn du deinen Bogen verschossen hast. Und jedes Mal wenn du jemanden killst. Kriegst du einen neuen Pfeil. Das heißt wenn du einen guten Lauf hast. Äh. Schießt du einen nach dem anderen Tod. Und ja. Bist dann halt. Der Gewinner der Runde. Wenn du Glück hast. Okay. Kannst du auch Pech haben. Dass du die ganze Zeit daneben ziehst. Und ja. Keinen umbringst. Wie weiß man denn. Dass man Solid Block ist. Ähm. Das steht da. Und wenn du. Du. Du hast im Inventar doch so eine. Was bist denn du. Ein Zaun. Du hast auch eine Inventar Zäune. Ja. Die sind abgelaufen. Und jetzt glänzt der. Weil ich stehen geblieben bin. Richtig. Genau. Und das heißt ich bin Solid Block. Richtig. Bei mir glänzt der irgendwie nicht. Da weiß ich aber nicht warum. Knockback 1 hat der. Muss ich den in der Hand haben. Oder ist das egal. Ähm. Es ist. Egal. Du kriegst ja dann auch nach einer gewissen Zeit ein Schwert. Das kannst du ja auch benutzen. So. Okay. Aber du musst den nicht in der Hand haben. Das ist einfach nur so ein Indikator. Ähm. Ja. Ob du jetzt. Bist oder nicht bist. Ja. Ich verstehe schon. Quasi. Alter. Du musst echt alles absuchen. Aber manche Verstecke sind noch so gut. Da muss man dann ein Auge für entwickeln. Ah. Ich hab einen. You earned 5 Tokens. Ah. Jetzt habe ich ein Holzschwert mit Knockback 1. Okay. Sieht der das wenn ich das in der Hand habe. Ne ne das sieht er nicht. Achso. Okay. Bei mir ist keiner. Genau. Oh das ist wunderbar. Wunderschön. Kann ich mich ja zurück. Äh. Äh. Ich würde trotzdem aufpassen. Zur Not musst du dann schnell halt mal wegrennen. Ach Quatsch. Ich hab so ein gutes versteckt das. Ja genau. Ja. 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 Der stand doch schon so scheiße. Genau. Hef. 47 Tokens. Wo hab ich die denn her. Oh. Schon ein bisschen gespielt würde ich sagen. Ach verdammt. Jetzt bin ich hier runter gefallen. Oh nö. Da kommt einer. Da kommt einer. Ah. Okay. Er ist in der Raum. Da kommt halt auch schon die Map echt auswendig. Und das ist dann halt ein bisschen. Das ist krank. Aber die Map. Äh. Die. Die. Ähm. Einzelmap hier ist echt geil finde ich. Ich bin grad in so einer Tempel Map oder sowas. Ähnliches. Mit einer Kantine. Und da ist so ein Zaun. Als Absperrung. Okay. Da hab ich mich einfach mal mit zugestellt oder so recht. Alter hier muss doch irgendwo was sein. Einer von diesen Bücherregalen ist doch fake. Da kriegt man echt Paranoia kann das sein. Kann das. Warum hab ich einen Zaun als Kopfschmuck. Ja das zeigt an was du bist. Das sieht ja mal üblich geil aus. Zeigt halt noch an was du bist. Oh das ist geil. Da ist ein Blumentopf. Der ist es nicht. Oh da kommt einer. Da kommt einer. Da kommt einer. Da kommt einer. Oh mein Gott. Oh scheiß. Oh Gott. Ich hoch ja. Bitte 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 bitte. Bitte bitte. Bitte bitte. Digga. 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 Drei Leute. Drei. Alter. Die sehen ich nicht. Wtf. Fuck. Ich hätte mich nicht bewegen sollen. Der hat auf mich rauf geschlagen. Aber nein. Da bin ich. Habe ich mich bewegen. Scheiße. 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 Ich habe zwei Amtbosse getötet. Okay. The round is endless. Hide us f1. All remaining hide us. Get 150. Okay. Es leckt ein bisschen gerade. In welcher Runde bist du denn? Äh. Ich weiß es gerade. Entschuldigung. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Muss gar mal was gucken hier. So nebenher. Sie sind zu blöd um mich zu jagen. Ich lauf die ganze Zeit weg. Aber die kriegen das nicht hin. Nicht zu viel. Ich geh nochmal in hide. Ah verdammt. Ja sonst warte ich bin gleich wahrscheinlich eh tot. Ah nein. Jetzt bin ich tot. Hm. Gut. Dann können wir uns. Ähm. Wie viele Minuten haben wir denn? 13 Minuten. Es lohnt sich jetzt nicht mehr noch eine neue Runde anzufangen. Ich hoffe euch hat das ein bisschen gefallen. Okay. Ähm. Und ja. Vielleicht machen wir das ja mal öfter. Ne. 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 Verstehen sie. Dann würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder bei Hide and Steak. Oder einem sonstigen äh. Programm. Wo wir dabei sind. Hier ich und Phyps. Programm. Ja dann schauten sie uns das nächste Mal wieder ein. Hier bei Stern TV. Äh. Genau. Jeeeee. RTL. Gut. Jetzt aber endgültig. Tschüss. Und. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bla. Ja ist richtig ab.